... So... Komm mal! Das muss ja immer sein Ja Oh, halt etwas. Wahrscheinlich schon zurück und shoppen oder so in Gedanken. Sonst hätte er ja eigentlich sehen müssen, dass ich gerade alles aufdecke. Komm, schönes Ding. Dann gehen wir mal mit überdurchsagen. Ja, können wir machen. Oh, ja. Vielleicht finden wir Wawik sogar irgendwo auf dem Weg. Ich hab uns gar nicht geguckt, wo der war. Hätte mal bloß auf den Olaf geachtet. Warte, warte, warte. Aaaaaaah! Du hast gefehlt. Na, aber jetzt nicht gemerkt. Der Weiger hat's mal voll nebitt geblickt, was wir machen. So ist es mit der 7. So. Na, ich bin mal zurück. Na, ich bin mal zurück. Heute mal schnell drei Türme noch kaputt. Ich schätze. So, wollen wir mal gucken, wo hier der Wawik ist. Da ist er. Da ist er. Ich bin natürlich eher schlecht gerade. Wo du hingehst? Ich kann mitkommen. Da kommen wir nicht mehr weg. Oh, wieder da. Oh. Oh. D Ahora rum. Oh. Der nicht mehr ist. Wirklich? Wirklich? Oh, da ist Vabic, da ist Prolav, äh Olaf. Ja, das war dumm. Von ihm. Das würde ich nur von ihm, nicht von dir. Ja, das war echt saudumm von ihm. Und ich habe in der Sekunde, wo ich tot war, auch mein Schild gerade wieder ready. Aber ich konnte es nicht mehr einsetzen. Mein Ulti ist mal hier fette. Das hätte ich nicht einmal geholt, aber... Die Frage, wo der hingeht. Ach, fuck hier. Das Schlauest ist das nie, wa? Schade. Oh, jetzt behalten. Hau ab! Sie bringen mich noch um hier. Ich glaube, ich habe gleich mal Ohren weg. Jetzt geht das hier schief. Sagen diese... Ich habe ja hier dieses Schwert des Göttlichen. So, immer ein relativ neues Item, oder? Dann, warum ist denn der Weigert nicht mitgekommen? Da hätte man doch was reißen können. Schwerter Göttlichen, wer ist das? 60% Angriff Speed. Und jeder vierte Angriff 100 Extraschaden. Das skaliert natürlich wunderbar mit dem Twisted Fate-Skill hier, der ja auch bei jedem vierten Angriff Extraschaden macht. Der Weiger ist gleich tot, schätze ich, weil ich fürchte, die anderen sind da alle auf dem Weg nach oben. Warte, gehen wir mal hier reingucken. Ein wenig Pilze. Da haben wir den Mist. Sehr gut. Sehr gut. Ne. Dann. Ein wenig Pilze. Jetzt. Weil daneben ist auch vorbei. Ist dein Uldi ready? Nee, 30 Sekunden noch. Sag Bescheid, dann guck ich mal, wo Warwick ist und geh mal zur Not hin. Da ist Polar, da Olaf. Pass auf, oben können wir vielleicht helfen. Nee, ist schon wieder vorbei. Dann bleiben wir doch hier. Ja, ja. Ah, der Warwick, der kommt nicht an seinen Schuh, ey. Uldi parat, ey. Ich guck mal. Oh, jetzt gehts oben, wa? Oben kommen sie zu dritt oder viert. Hallo, wieso bewege ich mich nicht? Gut, haben sie abgewehrt, wa? Ja. Warum... Warum ist er denn nicht weggelaufen? Ah. Schuss, Timo. Na ja. War ja eh klar... War ja eh klar, dass ich sterbe. Weißt du warum? Wunder Typ. Na, ich hatte oberge. Stimmt. Ich aber weg hier. Wahrscheinlich sterbe ich noch am Gift. Na ja, das hat ein Chill trifft. Oh, ich bin gleich wieder da und könnte wahrscheinlich den... Timo holen, ne? Bleib hier! Oh, jetzt holt der den! Ich glaub da kommt was von unten. Ich glaub da kommt was von unten.